Hereinspaziert und mitgetanzt. Die Tanzschule Traumtänzer öffnet am Dienstag die Tore ihrer drei Standorte in Berlin für jedermann und begrüßt Interessierte. Bei dem bunten Programm mit Kursen für Einsteiger und Fortgeschrittene ist es ganz egal, ob man mit Partner oder ohne vorbeischaut. Das Wichtigste, was so im Fokus steht, ist Zeit mit dem Partner verbringen. Und wenn man keinen eigenen Partner hat, dann bietet sich natürlich auch ein Single-Kurs an. Hier gibt es immer viele, viele nette Menschen, wo sich vielleicht auch Freundschaften daraus ergeben können. In den vier Sälen des Standorts Tempelhof geben die Trainerinnen und Trainer den Gästen Einblicke in über 15 verschiedene Tänze. Von Linedance über Ballett bis zu Cha-Cha-Cha ist für große und kleine Tänzer etwas mit dabei. Die Räumlichkeiten finde ich sehr ansprechend und ich denke alles andere auch. Die Tanzlehrer, die wir jetzt kennengelernt haben, die waren alle sehr nett und haben sehr anschaulich rübergebracht und es hat uns gut gefallen. Das Team der Tanzschule Traumtänzer besteht aus engagierten Trainerinnen und Trainern, die für ihren Sport brennen und diese Leidenschaft an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitergeben. Es geht beim Tanzen nicht mehr nur unbedingt, dass man irgendwelche Schritte lernt, sondern es geht darum, dass wir hier eine Freizeitalternative anbieten können. Es gibt keinen anderen Sport, den man mit einem Partner zusammen so erleben kann, so intensiv erleben kann, wie es das Tanzen wirklich macht. Die Tanzschule hat an diesem Tag viele neue Gesichter mit einem Lächeln gefüllt, doch die Türen der Tanzschule stehen immer offen. Wer Interesse hat, kann sich ganz einfach auf der Website für einen Kurs seiner Wahl anmelden und dann heißt es hereinspaziert und mitgetanzt.